Einen wunderschönen guten Morgen liebe Zuschauer zum Trading-Tipp heute am Freitag. Ausnahmsweise mal wieder ein Short-Produkt dabei und zwar auf einen Immobilienwert, die LEG Immobilien. Warum? Sie sehen es natürlich. Die Aktie zuletzt reihenweise rote Kerzen und das verheißt meist nichts Gutes. Wir sind auch unter die Unterstützung bei 70 Euro gefallen. Vorher natürlich die 200-Tage-Linie unterschritten und ich sage mal auf kurze Sicht ein, zwei Wochen ist ja durchaus mal mit einer schwächeren Performance zu rechnen. In dem Bereich sage ich mal 60 Euro. Das ist durchaus möglich. Warum? Nun die Zinsangst ist zurück. Die Inflation fällt doch nicht so schnell wie man das vielleicht erhofft hat und das ist natürlich schon ein Klotz am Bein. Die steigenden Zinsen bei den Immobilienwerten, die ja im Moment noch nicht so sehr darunter leiden, weil die Verlängerungen ja noch nicht so in dem Maße anstehen, dass es richtig weh tut, sondern es kommt ja erst Jahr für Jahr müssen Kredite verlängert werden, refinanziert werden und da schlägt es natürlich dann doch ein. Aber trotzdem ist die Aktie, ja wie gesagt, seit Anfang des Monats auf dem absteigenden Ast. Hier noch ein sogenanntes Doppeltop. Und ja, wie gesagt, da könnte es in den nächsten Tagen nach unten gehen. Und wie gesagt, das ist eine kurzfristige Spekulation. Auffallende Kurse hat nichts damit zu tun, dass ich langfristig auch hier wieder eine Trennwende erwarte, aber vorerst eben nicht. Und deswegen ein Faktor Short auf die LEG-Mobilien mit der MA6 VDN. Kostet 10,16, Stopp Kurs 9 Euro. Und dann ist das Setup komplett. Airbus war meines Erachtens nicht ganz so schlecht. Wir haben gestern den Ausbruch über das Hoch bei oder über den wichtigen Widerstand bei 120 Euro gesehen, auch das Januar-Hoch gleich mit überwunden. Und ja, das schlägt sich natürlich auch im Schein nieder, der mittlerweile bei 10,47 steht. 9,75 war Empfehlungskurs, also ganz gut angelaufen. Ich sage mal so, so alle 10, 15 Prozent kann man da immer wieder den Stopp nachziehen, aber grundsätzlich sehr positiv. 140, wer mittelfristig das Ziel, inwieweit die Aktie sich da in dem schwachen Markt heute behaupten kann, schauen wir mal. Aber es schaut insgesamt ganz positiv aus. Ich wünsche Ihnen positive Kurse heute, ein wunderschönes Wochenende und ja, nächste Woche werden Sie von meinem Kollegen Max Völkel bedient. Wir sehen uns wieder, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.